So, da bin ich wieder zurück mit einem kurzen Infovideo. Ich wollte es auch eigentlich schon vor zwei Tagen hochladen, habe es aber irgendwie dann doch vor lauter Videos und was weiß ich, Aufgaben doch irgendwie vergessen. Und zwar, es geht um den Crew-Bonus Mai. Was hat es damit auf sich? Ich kann euch nur sagen, alle die, die das Crew-Paket haben, wissen schon, was kommt. Nämlich, wir haben alle den Ladebildschirm hiervon bekommen. Ich kann euch den mal gerade im Spitz zeigen. Zack, zack, letzten 30 Tage, das war der hier. Der sieht dann einfach genau so aus, ist klar. Aber warum haben wir den bekommen? Ganz einfach, in dem Crew-Paket ist jetzt jeden Dienstag, bekommen alle die, die das Crew-Paket haben, nochmal was geschenkt. Was das immer genau ist, wird halt erst verraten, wahrscheinlich dann, wenn wir es auch bekommen. Einfach nur, damit natürlich die Leute, die sich das Crew-Paket nicht gekauft haben, dass die, in Anführungszeichen, damit ein wenig angelockt werden. Also, wir können da echt gespannt sein, was es da noch gibt für uns, die halt das Crew-Paket haben. Wie gesagt, jeden Dienstag soll da irgendwas kommen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, mit einem Ladebildschirm werden die Leute aber nicht locken können. Aber ich sage nochmal, derzeit das Fortnite Crew-Paket, eins der besten, was wir bisher hatten. Denn ihr bekommt für Season 7 den Battle Pass dazu, ihr kriegt einmal noch 1000 V-Bucks, ihr bekommt Rette die Welt noch, dann habt ihr die Möglichkeit, Spotify Premium zu kriegen. Da gibt es allerdings auch Probleme, denn ihr müsst auf jeden Fall eine Zahlungsmethode angeben, falls ihr nicht kündigt, dass von dem Konto dann quasi Geld abgebucht werden kann. Also, setzt euch da, wenn mit euren Eltern zusammen, macht am besten dann auch direkt die Kündigung fertig. Und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. So, ihr seht, meine nächsten V-Bucks kriege ich auch erst am 19. Mai. Also, nicht wundern, warum hier noch kein Haken ist, aber bei euch sieht das dann ganz anders aus. Nämlich, da wird hier direkt ein Haken sein, da wird ein Haken sein. Ich habe nämlich den Bonus hier auch nicht bekommen, da ich schon Rette die Welt hatte. Aber das sollen auch eigentlich die meisten wissen, dass der schon, ich habe das Gruppaket ja schon hochgeladen. Also, nochmal Kurzfassung, jeden Dienstag bekommen alle, die das Gruppaket haben, halt irgendwas umsonst. In dieser Woche war es halt der Ladebildschirm. Wir sind einfach mal gespannt, was nächste Woche kommt. Und ich hoffe, die Info war ein bisschen informativ in dem Sinne. Und wenn ihr wollt, natürlich gerne einen Like da lassen. Wenn auch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein! Bis zum nächsten Mal.